Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video von NureenBost! Willkommen zu meinem Video meine Freunde! Diego und Eli Maradona sind gestorben, man! Zwei Legenden sind weg, zwei Fußballer Legenden, man! Das ist traurig, man! Und euch Kids, ihr habt die nicht gekannt, man! Die waren für uns die Größten, man! Die haben mega erreicht und so, man! Fußball, Diego Maradona, man! Er hat so eine Vittorie gemacht, man! Der Junge hat rasiert in seiner Zeit, man! Nehmt euch mal ein Beispiel, Kinder, man! Heute feiert ihr all diese TikToker! Aber zu unserer Generation gab es doch wie Getten, man! Wie Diego Maradona! Oder Michael Jackson, man! Durch mal ansteckige Idole und nicht immer sowas, man! Leider ist auch die Tochter Ellie gestorben, man! Aber Diego, man! Diego und Ellie, ihr seid Respekt, man! Ich liebe euch! Respekt von NureenBost an euch, man! Und an alle Hater, man! Was ist los mit euch? Hört auf die Zeit, man! Die sind Legenden, man! Und jetzt zum nächsten Thema, man! Nash hat die Goldklette verbrannt, man! Weil er keinen Bock hat auf Sunas Gesicht auf der Platte, man! Weil es deine war! Jetzt wissen wir Bescheid, man! Das muss man doch nicht gleich anzünden! Hättest du auch noch umändern können, Nash, man! Ich weiß doch, du hast genügend Cash, man! Warum änderst du nicht, man? Dann hätte deine Mutter sich doch ins Wohnzimmer hängen können! Warum machst du nicht? Warum machst du diesen Dach so und verbrennst einfach, man, ne? Was ist los, Nash? Ich mag dich eigentlich, deine Musik, man! Volles Magazin 2 hab ich gefeiert, man! Auch wenn es nicht in die Fresse ging, man! Aber warum machst du diese Dach so an? Lass das sein, man! Naja, meine Freunde, das war's mal wieder mit dem Video von NureenBost! Abonnieren und liken nicht vergessen, meine Freunde! Und tschau, man! Abonnieren und liken nicht!